gott gott come on und man kommt ja wohl boah was ist das für eine runde bis jetzt hallo und herzlich willkommen zu einer runde einer games und heute mit dabei ist der liebe justin und ich bin heute das kit die der die kann mit einem klick eine kiste komplett leeren ja ich mache jetzt kurz kurz konzentration weil ich natürlich leicht mit den ersten noten oh gott ich habe es gleich so nice one also mein start ist schon mal richtig gut okay zumindest mal so dass ich ja ich spiele das kit techniker unter techniker verbessert bei jedem kill seine ganze rüstung und seine waffe und ja hat dafür eine niedrigere durability und war bei mir läuft sie die jetzt bitte 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 so viele kisten junge bei mir läuft bei mir läuft also also das war jetzt gerade eine mega lud ich habe 17 eisen soll jetzt schnell hoffentlich passiert jetzt nicht vielleicht passiert jetzt nichts ich weiß gar nicht jetzt erst drei sekunden mega nice ok 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 ich habe drei diamanten sechs eisen wasser und laba will ja nicht pushen aber die runde kann was werden wo der gegner ist sechs blöcke weg erst mal hier so das machen wir dann machen wir die ja hell die schule ich glaube das bringt mehr so machen wir uns mal ein bisschen eigen rüstung kommen ich hasse meine maus ich hasse sie einfach abgrundtief du kannst du bist der welt gemacht ich hasse meine maus einfach abgrundtief das oh gott nein und ich tut oder nein noch nicht aber die zwei bekriegen sich eingetötet ich muss sagen ich hasse meine maus abgrundtief weil die teilweise nicht reagiert so wie sie soll ok wicke tschuldigung gott da kommt einer der ist einer das eine das eine und kriegen wir den kriegen wir den kriegen wir den gräber nice auch da und auch hier in seiner wette er verrichtet ich brauche essen ich brauche essen aber oh gotten da war was war das ja ich habe speed kommt schon ein schlag noch der ist darum er speed ich müsste eigentlich schneller sein ganz ja nice one ich bin schon mal full iron das ist das ist das was ich gemeint habe mit dem kit dass man sich einfach mega schnell ausrüsten kann ich muss jetzt weglaufen ich war nämlich gar kein essen so sehr gut dass man sich auslösen als ich habe kann ich habe keine stelle so der typ dahinten den töten wir einfach rein ich versterbte ich werde so gut wie stehen bleibt doch stehen bleibt doch stehen du ja wohl tot heißt die 118 blöcke jetzt haben wir mal ganz kurze ruhe ich hoffe dass jetzt nicht in irgendeinem kampf geportet wird bieten so gut wie tot ich bin so gut wie tot und so nicht akkert ende der arena ich habe mich dazu dass du dich gleich geportet worden gott das an den nao gott ich werde sterben ein dener ein klinger dener okay also die runde kriege ich jetzt hoffentlich zu Ende das wäre mega mega nice wo Gott ich werde ich bin ich bin tot soll ich war hier noch nicht tot aber so gut schaust ich hatte jetzt aber nur auf den moment die verfolgen sich ja ich warte jetzt gerade auf dem moment dass ich geportet werden möchte wenn die erschwert schon kaputt ja war kaputt aber jetzt solche neues das war kaputt und dann habe ich ja und dann soll ich noch weg laufen dass wir wieder am anfang da ist wieder ein typ der gerade am sneaken der hat gott warum habe ich den gerade nicht gehettet was ist das für ein kit bitte kommt schon gleich stehen bleib stehen du was ist das dass das kit was man nur bei doppel wie er bleibt stehen du sparten jawoll ich bin ja dass der polizist solch solche begriffe will ich nicht gehören wenn ich kann dann älter privat ok das ist moment mal moment mal und dann ist ein sehr gut privat also sei vor Ort dort dort kommen und man kommt schon kommt ja wohl boah was ist das für eine runde bis jetzt alter meine runde ich habe zwar kaum Leute getötet oder so aber mein equipment ist gerade mega nice ok komm nach vorne werde ich kriegen ähm ich muss jetzt erstmal mich sortieren alter schwede alter was warum läuft der weg what the fuck is going on here ähm nein jetzt bin ich geportet worden nein verdammt jetzt hat er den ganzen Loot Mist also was hat den ganzen Loot jetzt hat er einiges an Loot das ist natürlich nicht gut das wollte ich jetzt eigentlich verhindern weil ich den Lava einmal setzen wollte verdammt ich habe keinen Apfel das wäre mega nett so wo ist der Typ oh Gott ich habe ihn getötet aber er hat mich richtig nice angezündet ich tracke dich das ist gut ah ein Diaschwert jetzt habe ich zwei ok jetzt habe ich erst noch ein paar Diaschwerter ok also ich muss jetzt gerade erstmal auf die Runde hier gerade klarkommen ich habe jetzt ein oder zwei Kills gemacht und ich war richtig nice gerade so du bist da in der Richtung gut kann ich mich so ein bisschen warte ich tracke ah dich ja wie gesagt sag dir bescheiden wenn ich geportet werde Rückstoß das brauche ich nicht das brauche ich nicht Feuerzeug ich habe full dia ich habe full dia ich habe 5 Level ich brauche ein Enchantment Table eh dich hi wir haben wohl geportet so ich brauche dahinten ist ein Enchantment Table nice und das heißt ich kann jetzt erstmal mein fulles Equip auch Enchantment hast du auch genug Level weil ich habe gar kein Level das ist mein Problem ich habe 5 Level oh jetzt habe ich äh effektionslöschchen bekommen so ähm wo ist einer bist du das dann oh nice gut das bin ich ja äh den Zaubertisch den muss ich kurz benutzen ähm kannst du eventuell so Moment warte noch nicht oder nicht geh weg von mir geh weg von mir äh wir wurden gerade erst geportet so verdammt ich habe meine Brust auf Level 2 verzaubert aber dafür habe ich jetzt auf alter also die Runde läuft gerade mega ja das ist sehr sehr nice also ich habe jetzt Schärfe 1 auf meinem Dia Schwertschutz 1 auf Body Helm und oh ich habe noch ein Level auf Body Helm und Rosa aber bei dir kommt ja richtig früh die Folge wahrscheinlich ich denke irgendwann so boah komm den Typ da den zerlegen wir jetzt noch wann kommt deine Folge ungefähr ich weiß es nicht ich muss gucken wann sie kommt wann ich sie bringe ich bin geportet worden ich bin geportet worden ok ich geh drauf so habe ich hier noch irgendwo was besonderes ich habe ich hätte jetzt ganz gerne einfach nur einen Apfel so jetzt bitte Schutz 1 Schutz 1 Schutz 1 Schutz 1 bitte 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 jawoll ich bin komplett Schutz alter nice Digga also sagen wir so im Endkampf hättest du einen kleinen Vorteil falls es soweit kommt hätte ich ich tracke dich aber das ist ein bisschen doof Mensch ich will jetzt einen Apfel I want an apple 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 habe ich einen Apfel? nein habe ich nicht aber ich habe 43 Gold das ist richtig ich will ja nicht pushen hier ne aber ich habe 10 Diamanten boah läuft bei uns also die Runde ist gerade Equip mäßig mega nice so und der Typ ist von mir nur ein paar Blöcke weg so ja ich bin ziemlich nah dran gelaufen muss mal gucken ob der Untergrund von meiner Maus soweit läuft wie gesagt ich habe ein paar Probleme mit meiner Maus warum auch immer so der Typ ist da vorne den Typ mag ich holen boah der ist richtig low equipped oh der hat einen Bogen ja ich habe keine Lust auf Bogen Bogen macht keinen Spaß das mit einem Bogen ist so nice Bogen ist scheiße das Problem ist einfach ich habe keine Skills ich habe keine Bogenskills absolut nicht das Problem ist einfach bitte auch gerne helfen komm aber war über 100 boah come on jawoll down er ist down er ist down er ist down und er hat einen Apfel gehabt oh Gott dann ist das richtig unfair für mich nein oh Gott ich könnte jetzt was richtig unfaires machen ne warte ein Schuss ein einziger Schuss und du wärst tot hä wie ein Schuss und du wärst tot gewesen ne ich hab voll live ich hab voll live ja aber du wärst voll in die Lava geflogen hättest du kein Ding ins Zwang gehabt dann hast du zwei Äpfel nein habe ich nicht da war nur ein eigentlich du hast bestimmt zwei ahaha fick dich gib mir den Apfel wieder her ne nein Junge du wolltest du mir den Apfel nicht geben ey doch ich gib mir den nein den Apfel den kannst du dir jetzt in den Popo schieben aber ganz hart ja ich kann dich nicht hauen irgendwie WTF lol ja ok aber ich hatte voll dir das war ein bisschen unfair pick dich nur weil du mir den Apfel geklaut hast ich hätte den zurückgegeben du hast angegriffen Drecksack egal Cheetah ich hätte gesagt die Runde war eigentlich ganz lustig und nice ja auch nice wenn es euch gefallen hat könnt ihr auch vielleicht eine Bewertung da lassen wenn nicht kurz zur Theoretik und dann jo Leute haut rein bis zum nächsten Mal und ciao 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 ciao